Hallo AFOBS, willkommen im Noppenstein-Studio von Blue Bricks. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Hi. Und wir wollen euch heute mal was wieder in Diamond Blocks zeigen und haben dafür uns das Kapitol genommen von Balodi. Ist das korrekt, Marco? Das ist bisher völlig korrekt. Boah, ich habe mir das auch versucht, alles zu merken. Also, das Kapitol in Diamond Blocks. Soll ich mal ein bisschen sagen, was ich so weiß? Hau raus. Also das Kapitol steht in Washington und ist nach dem Waisenhaus gebaut worden. Okay. Und das Ganze irgendwann im 17. Jahrhundert. Kann sein. Ja, klar. Und im 18. Jahrhundert haben sie es nochmal größer gemacht. So viel habe ich mal nicht rausgefunden und weiß ich. Ist der Sitz des US-Kongresses, wenn ich mich nicht irre? Es sind viele Sitze drin. Also es sind, ich glaube, alleine 560 Räume. Also Sitze. Sitze. Jede Menge Sitze. Und irgendwie war es Anfang Januar auch mal einen Tag für Besucher geöffnet. Aber das war nicht so schön. Ja, das haben sie dann wieder gelassen. Ja, ich meine, in das Ding hier kommen jährlich drei bis fünf Millionen Besucher. Ja, gewisse Teile davon sind sicherlich zugänglich. Weil du sagst offen. Ich meine, das hat ja Besuche. Es gibt in der Mitte so eine große, wie nennt sich das, Rotunde, glaube ich, wo du so mehrere Statuen von, puh, ich glaube, vergangenen US-Präsidenten oder so hast, die so im Kreis stehen. Ich glaube, nicht nur in den Rote Hunde oder was hast du gesagt? Rotunde. Ja, Rotunde. Ja, ich meine, in diesen ganzen Gängen hier sind Präsidenten. Aber natürlich auch die diversen Abgeordnetenbüros und so weiter, also der Kongresssaal. Also es ist schon ein wichtiges Haus, ne? Es ist ein wichtiges Haus und wenn man hört, wie viele Räume das hat, es sieht ja nicht so groß aus eigentlich. Wenn man sich das so anguckt, so die Stockwerke, denkt man sich, ja, das ist halt so ein 230, 30, 40, 50, über 200 Meter. Okay, dann ist es größer, als es aussieht, ja. Wie? Also es sieht aus wie so eine Südstaatenvilla mit 20 Zimmern und nicht 500 Zimmern. Weißt du, das sieht... Ne, ne, das ist irgendwas mit 240, 50 Meter, also es ist groß. Und was ich noch, dadurch, dass ich das hier euch mal zeigen wollte, habe ich natürlich auch mal geguckt. Das war ja schon eins der ersten Gebäude überhaupt, also sehr, sehr früh, also das Weiße Haus und dann das Kapitol. Und die Stadt ist praktisch rund um das Gebäude erst entstanden. Ja, so wirklich. Okay, ja, kann sein. Ja, das wollte ich dir jetzt mal so sagen. Hervorragend. Okay, jetzt, ich höre gerade, ich soll das Modell mal zeigen. Also, Balodi, Architektur, 16,082 mit 3000 Teile. Ach, hier steht übrigens auch drauf, Kapitol. Unfassbar. Ich habe ein Neuheitenvideo gezeigt. Das habt ihr bestimmt gesehen und habt euch über mich lustig gemacht. Genau du warst's. Ich habe hier gesagt, das ist das Weiße Haus. Und das ist auch das Kapitol, oder? Ich habe nur gelesen, was da steht. Da steht Weißes Haus. Okay, ja. Also, haben wir neu von Lesi auch das Kapitol, nicht das Weiße Haus. Ihr verzeiht mir den Fehler, aber ich habe in der Eile der hektische Micha halt nur gelesen, was da steht. Ja, stimmt. Da steht Weißes Haus, aber es ist schon eher das Kapitol, ja. Aber gibt es von Lesi, ist noch mehr Teile drin. 3.760 ist quasi das Doppelte. Ja, quasi. Fast. Wollte ich nur noch zeigen und wollte nur zeigen, der Micha, oder? Da hat er wieder. Das Weiße Kapitol, einigen wir uns doch darauf. Okay. Du hast auch schon die Reim-Blocks gebaut, oder, Marco? Nee. Nee? Nee. Ich habe mich bisher ein bisschen davor, ich hatte Angst, ja. Also, bei dem Set ist es so, du fängst mit zwei Riesenplatten an, also in Anführungszeichen Riesenplatten. Das sind, ich zeige es euch mal hier. Oh ja. Ja? Da geht was. Aha. Zwei große Platten, die sind irgendwie 20 auf 25 oder sowas, glaube ich. Müsste ich das nochmal nachmessen. Nee, das ist schon mal mehr Noten aus. Achso, von dem Zentimeter. Von dem Zentimeter, ja. Gut. Und dann baust du praktisch, das machst du eigentlich bei den ganzen Gebäuden, was ich bis jetzt so gesehen habe, wirklich so, weißt du, von oben guckend. Ja. Da hat doch der Olli so einen schönen Begriff dafür geprägt. Stimmt. 3D-Drucker aus Fleisch. Ja, also recht cool. Du baust praktisch von unten nach oben. Das ganze Gebäude wächst und wächst von unten nach oben. Du siehst, was du baust, ist farblich ein bisschen heller dargestellt. Und du hast keine Teilekästen, das heißt, du musst im Bild sehen, was gebaut wird. Ich muss, sorry, ich habe wieder kurz auf dem Schlauch gestanden, was Teilekäste. Ja, dieses kleine Bild in der linken oberen Ecke. Du hast mir noch nie gesagt, dass das Teilekäste heißt. Ja. Und weißt du was? Ja. Habe ich dir doch, das glaube ich, habe ich dir gezeigt? Oder habe ich dir jemand anderem gezeigt? Es gab mal ein Video, da habe ich mal eine alte Lego-Bauernleitung von 1984 herausgeholt. Das hast du mir gezeigt. Genau, diese Lego-Burg. Ja. Und da gab es auch keine Teilekästen. Da gab es nicht nur keine Teilekästen. Damals waren auch die alten Sachen nicht ausgegraut oder so. Gut, es war alles grau, es war eine graue Burg. Und die neuen Teile waren auch nicht farblich umrandet. Da hat man wirklich Bild für Bild suchen müssen, was hat sich denn jetzt hier geändert? Ah, da ist ein Feuer dazu gekommen. Das war... Und das ging auch. Ja. Sechsjährige Kinder haben diese Burg aufgebaut. Ich sag's dir, damals. Damals. Da waren die Gummistiefel noch aus Holz. Ja. Und das drohte mir ja noch krank. Genau. Aber, also, es ist, man kann sowas bauen. Ich meine, es ist nicht, es ist keine unlösbare Aufgabe. So, dann schauen wir uns das nochmal an. Also, diese Diamond-Geschichten, es ist ja auch immer, also ich sag mal, fast immer eine sehr stabile Geschichte. Dadurch, dass du viele kleine Teile hast und das alles dann sehr kompakt ist. Ich meine, wir bauen hier 3.600 Teile. Quatsch. 3.000 Teile. Wie kommst du eigentlich drauf, dass das doppelt so viel hat? Weil ich mich gehört habe. Weil du gedacht hast, die Herstellungen... Das sind 3.100 und das andere sind 3.600 irgendwas. 900, ja gut. Aber dadurch, dass das hier 3.000 Teile sind, hast du eine Komplexität und eine Steifheit an dem Gerät. Das ist schon kompakt, ja, ja. Ist fein, ne? Natürlich haben die Sets keine modulare Geschichte oder sowas. Also, das ist... Ja, gut. Klar. Das erwarte ich von so einem Set aber auch nicht. Das ist zum schönen Aussehen. Das ist vor allen Dingen, erinnert mich, das bauen solche Sets immer an, ja, einfach an Puzzle, an Kniffeln, an... Ja. Ja? Gut. Das ist ja wie bei unseren Publix Pro Hunden, von denen da auch hinten auch einige stehen. Das macht auch vielen Leuten Spaß. Das ist auch Schicht für Schicht. Das ist auch ein, ja, es ist wirklich noch näher an einem 3D-Puzzle als normale Standard-Teile, weil die Teile halt, weil es nicht so viele unterschiedliche Teilearten gibt. Margot, die Checker-Figuren, das beste Beispiel. Ja. Die man auch miteinander, wo man dann die Schichten miteinander verschraubt. Ich finde das extrem cool, wenn Leute das bauen und da Bock drauf haben. Ja. Weil das ist dann schon auch ein Geduldsspiel und das, aber das... Es gibt von Checker ja auch Sachen, die haben wir bisher noch nicht bestellt, weil die dann auch pro Stück ziemlich teuer sind. Es gibt ja beispielsweise diesen T-Rex. Hier gibt es den klein und hier gibt es den mittel und hier gibt es den groß. Und mit groß meine ich... Nicht Originalgröße. Nee, aber anderthalb Meter lang. Das ist dann eine Skulptur, die stellst du nicht mehr auf ein Regal, die stellst du auf den Boden. Ja, aber das ist eine Lebensaufgabe, oder? Das ist eine Dase, ja, tatsächlich. Und das kostet dann halt auch mehrere hundert Euro. Das ist richtig, richtig teuer. Die rechnen es aber mal in Baustunden. Ich glaube, es kann sogar sein, dass es vielstärkig ist. Also wir haben das gesehen, die haben es aber noch nicht bestellt. Und rechnen das in Baustunden um. Dementsprechend, wenn du da mehr investierst an Zeit und Geld, das gerechtfertigt auch, dass du am Ende so einen Oschi hast, genau. Mit, keine Ahnung, 15.000 Teile. Aber zurück nach Washington. Das Dach ist blau, das ist ungewöhnlich. Ja, das Dach ist nicht blau, das ist weiß. Das ist aber ein Farbtupfer. Und du meinst hier? Das Dach, das Dach, ja. Das Dach auf dem Gebäude ist blau. Das, äh... Ja, bei dem Set von Lezi ist es weiß-grau, keine Ahnung. Und da, bei dem Set von Lezi ist das Dach flach. Und bei dir hat es schon noch so ein... Hol doch gerade mal die Rückseite von dem Lezi-Set, da ist bestimmt ein Originalfoto dabei. Da gucken wir doch einfach mal. Hier nicht, bei dem anderen ist es aber, glaube ich, eins. Ah ja. So. Ja, gut. So siehst du es da nicht. Trotzdem nicht. Genau. Aber man sieht, dass es ein großes Gebäude ist. Weißt du, weißt du noch, ähm... Weißt du, warum das Kapitol heißt? Nun, wir wollen es jetzt in die Länge ziehen unnötig, aber warum heißt es Kapitol? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt bestimmt einen Haufen Käse erzählen. Achtung. Ich meine, irgendwie früher haben die viele wichtige Gebäude so nach Kapitol genannt, weil das kommt von der Römer. Die haben, glaube ich, in Rom einen Hügel und da ist irgendein... Kapitol Hill, ja, der, der, ja, ja. Im Englischen kenne ich auch diesen Begriff, Kapitol Hill. Also Kapitol ist ja die Landeshauptstadt. Kapitol City ist halt... Und das Kapitol hat halt auch was von Haupt. Der Hauptsitz. Ja, und deswegen meine ich, haben viele, wie auch dieses Gebäude danach benannt hat, es war, glaube ich, ein römisches Feldherr. Also ich kenne diverse Kinosäle, die Kapitol genannt sind, aber das ist nochmal was anderes. Ach so. Ja. Fass doch mal zusammen. Und um das tun zu können, brauchst du die Maße. Wir haben es nämlich leider nicht ausgemessen vor dem Video. Eieiei. Aber du hast ja immer einen Zollstock... Also, ich fasse mal zusammen. Das ist das US-Kapitol aus Diamondblocks von Balodi, die 16082 mit 3.100 Teile für 24 Euro. Das Ganze hat 40 Zentimeter in der Breite, 20 Zentimeter in der Tiefe und 17 Zentimeter hoch. Oh, weil er es gemessen hat. Das zum Möss nicht gemessen, ne? Ich habe es vergessen, aber du hast es gemacht. Super. Die Baurei bei den Diamondblocks halte ich immer noch für, ja, ein bisschen anspruchsvoll, weil du einfach auch kleinere Teile baust. Und ich muss nochmal auf den Preis dieses Sets zu sprechen kommen. Der hat, das kostet nämlich ja eigentlich 39,95 und wir haben ein Kontingent zu einem Sonderpreis ankaufen können und den reichen wir weiter. 24 Euro für 3.100 Diamondblocks ist saugut. Es gibt noch ein zweites Set, ich glaube, das ist diese russische Basilius-Kathedrale. Hatten wir auch stark reduziert, ist gerade nicht da, aber ich glaube, wir bekommen diese beiden Sets nochmal. Sollte dem so sein, werden wir sie beide noch. Ich glaube, ich glaube, wir bekommen sie nochmal und auch nochmal zu diesem sehr günstigen Preis. Also mehr Diamondblocks fürs Geld kriegt man eigentlich momentan nicht als hier. Gut. Schön ist es. Ja. Finde ich auch. Dann vielen Dank fürs Bauen und Mitbringen, Micha. Habe ich doch gern gezeigt. Hast du gern gezeigt. Das weiße Kapitol. Und ich habe auch nichts vergessen. Und ich habe noch nie so viel Wissen rausgehauen wie jetzt in diesem Video. Unfassbar. Streicht bitte alles weg, was nicht stimmt. Wir schneiden das dann raus. Okay. Prima. Dann warst du es für heute aus dem Doppelsteine. Das würde ich natürlich mal sagen. Doppelsteine kann man nie genug haben und beim nächsten Mal gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. In diesen ganzen US-Katastrophenfilmen wird ja meistens das Weiße Haus gesprengt. Das Kapitol. Das kann sein, dass das Kapitol bei Independence Day, ich glaube, bei Independence Day schießen sie auch ins Weiße Haus rein und das Kapitol wird dann halt auch weg. Irgendwie ist das so eine Art Lust an der Zerstörung. Man sieht es so. Weißt du jetzt Kapitol oder Weißes Haus? Weißt du jetzt Kapitol oder Weißes Haus?